Nein, Brems! Links! Nein, du stürzt ab. Ich muss noch packen. Musst du packen? Ja, 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 super, 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 jetzt. Ach, ist doch mit Einladung, ne? Ja, ich lad dich gleich ein. Ja, mach, mach, mach. Warte, ich geh mal mit Anlauf, macht ihr das mal. Ich warte mal kurz auf euch, bis ihr da oben seid. Ja, ja, du schaffst das, Joker, Joker! Joker! Warte, ich schuck euch, ich schuck euch, ich schuck euch, ich schuck euch. Wie, hat es dich runtergeschmissen? Ja, ich bin runtergeflogen. Mehr Anlauf, guck, ZombieProClub sagt mehr Anlauf, okay. Dann sollten wir das einzeln machen, oder? Also, der Erste soll mal... Ich glaub, von hier reicht, oder? Fahr mal ein Stück, glaub ich. Noch ein bisschen? So, dass er von da aus starten kann. Ja. So, bist du oben, oder? Kommst du noch mal runter mit Anlauf? Und ich lad mal den Flex ein. Oh, ihr seid ja weit gekommen. Ja, ja, wir schaffen das. Warte, ich war fast oben. Wir schaffen das noch, kein Problem. Ja, wie, bist du abgestürzt, oder? Ja, der Rett hat mich angestürzt. Wir haben das Rückwärtsrollen angefangen. So. Ne, noch weiter zurück, Joker. Noch weiter. Noch weiter, ja, ja. Du musst dann die Kurve, den Schwung von der Kurve noch mitnehmen. Genau. Von da ungefähr, ja. Und ich komm gleich hinterher und versuch mal mitzuschieben. Ja, jetzt, jetzt haben wir Anlauf, jetzt haben wir Anlauf. Pass auf, pass auf, jetzt komm ich. Ja, ja, ja. Und, 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 und. Und, bist du oben? Jawohl. Hey, Rackler, du bist ja wieder da. Na klar. Cool. Nein, oh. Bist weiter links, gell? Ja. Oh, jetzt zieh. Nein. Nein, du bist wieder runtergefallen. Okay, warte, ich muss von hier Anlauf nehmen. Das hat ja auch schon. Der Joker auch gerade gemacht. Aber ich mach mal Außensicht, der ist ein bisschen einfacher. Links bist du oben? Ja, aber dahinter sieht's auch nicht besser aus. Ach du Scheiße. Ja. So, jetzt, 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 jetzt. Komm, mit Schwung, mit Anlauf. Jawohl. Jawohl. Weiter, weiter. Und ich roll wieder runter. Fuck. Ja, oh. Ja, danke, danke, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Der Joker versucht's von der linken Seite. Ja, ja. Langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie war das? Warte, ich versuch's mal anders. Ja, ich versuch's mal von der Seite. Ach du Scheiße. Nein. 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 Hey, das geht nicht wie bei den Autos, dass man so wenig Gas gibt, und das ist dann... Ach, Kacke. Nein, 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 Hilfe, Hilfe. Tschau Jungs. Tschuldigung, Joker. Nein, du auch, oh Gott. Du musst müde, du musst schlafen. Du musst schlafen. Nein, 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 nein. Doch, doch, hier ist ein guter. Jetzt muss ich hier rückwärts hoch, guck mal, ich stehe rückwärts. Ja. Oh nein. So dasig, der weiße Rücken also. Wie ist noch eine lástrecke? Ja. Wenn ich hier in den Lauf umfangen, habe ich hier noch gesehen, habe ich hier noch. Also, bin ich hier in den Lauf. Wie ist denn ein bisschen schlafen? I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. 90 grad ich glaube das packt der bus nicht ihr seid wieder runter irgendwie ja ich weiß wie weit ich schon bin ich habe hier noch zwei meter dann bin ich erst mal wieder auf dem punkt ich glaube der red gewinnt krass aber ich muss mal john hallo guten morgen ich glaube man ein bloß nicht verkeilen bitte nicht verkeilen da gibt es doch bestimmt normalen weg nach oben oder ja die seilbar ja klar kannst du mitmachen ausrufezeichen gta gibt es die info gibt es einen ganzen roman ja hier runter hier runter hatte ich versuche dich zu schuppen mit anlauf mit anlauf mit anlauf mit anlauf ja könnte klappen ja ich danke dir geko ja macht nichts jetzt bin ich auch nicht gt h gta man hier oben geht es nicht mehr weiter jungs hause was haltet ihr davon wenn wir uns auf einen unentschieden einigen ja ich bin jetzt auch voll komplett hier ja wie wärs mit wobei red ist ja am weitesten moment ach so da kommt der zug da kommt der zug letzte wort ist noch nicht gesprochen da kommt der zug kaputt vielleicht kriege ich mein bus noch nicht mehr das hat keinen wert gut also red war definitiv am weitesten ok ok dann tun wir unser ding warte mal ich kipp noch nicht auf hier warte mal ich kippe